Ich leg nur noch ein bisschen Krempel ab, der er sich gerade angehäuft hat. Ich würde sagen, dann warten wir noch ein paar Minuten und machen es dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich muss eh noch ein Krempel ablegen. Kohle gehört auch nicht rein. Das auch nicht, das brauche ich. Wir brauchen ja wirklich dringend Melonen. Ja, wirklich. Ohne Melonen ist hier nicht zu holen. Denke ich auch auf die Dauer, ja. Äh, noch mehr Kies. Etwas Stein. Gut, der Rest geht mal vorne raus. Ah, Gold, wie schön. Das war mal eine Folge, so wie die Gegend laufen. Was meint ihr Leute? Ja, das machen wir. Tun wir mal so, als wären wir ein Creeper. Wir schleichen uns an Power an und zischen. Damit ist Power tot. Ähm. Aber ich nehme es jetzt trotzdem wieder ab, weil das ist nervig fürs Let's Play. Haben wir genug Eisen? Ja. Da schnapp ich mir was und machen wir zwei Spitzhacken. Für die ich gerade das Stöckchen abgelegt habe. Klasse Leistung, Power. Vier Stück. Wir könnten ja einmal so lange in die Schafstelle gehen und laufen dort Amok bei den Schafen. Und noch zwei Schafen. Die können wir uns aber aus. Ja. Stein machen. So. Passt. Also bis auf das Gelbe, was sich rübergeglitscht hat, verhalten sich die aneinander mal recht. Äh, ja. Äh, wo ist denn jetzt der Ausgang? Geht ihr gefälligst von dem Tor weg? Ich hab's ja die Befürchtung, sie werden dir den Gefallen nicht tun. Doch, tun sie. Ist sie gut erzogen. Oh, jetzt sind wir schon wieder über 15 Minuten. Dann lege ich hier mal das Eisen ab. Und ich würde sagen, wir unterbrechen kurz. Jo, tun wir. Bis gleich. Bis gleich.